Ok, es geht los. Soll ich an der Tür? Ja. Ich werde geh in die Tür. Ja. Let's go! Nein. Wo seid ihr? Er hat mich umgeworfen! What the fuck? Was? Ich bin tot! Er macht einen dreifachen Salto, Alter. Nein, fass mich nicht an, bitte. Wie mach ich das? Nein, geh weg! Warum jogge ich so? Ich mach nur langsam. Oh mein Gott, hab ich Angst gekriegt. Ich kann das freulich abschätzen. Oh shit. Nein, bin tot! Scheiße! Oh, was macht ihr denn? Zuschauen, warte kurz. Oh mein Gott, mein armer Charakter. Oh shit. Wie ist das irgendwie instant geteilt? Hä? Die Pause, bis wir wieder anfing, war zu lange. Ich hab das falsch abgeschätzt. Ja. Was denn? Willst du? Ah! Junge! Junge! Ich kann nicht Leute flippen. Ich will auch. Einsteigen. Ey! Geht das? Nein! Oh, ah! Steh auf! Das ist so gruselig! Nein! Ich hab so Angst! Es ist so gut! Ich kann nicht mehr! Ach, scheiße! Kimiel, bitte! Was macht ihr denn? Ich will nicht, dass du mich schubst. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Oh shit. Nein, der Flügelmann! Ich hab mich geschubst! Nein! Nein, bitte nicht! Ey! Oh Gott! Wie hast du das gemacht? Nein! Wie machst du das? Welche Tast ist das? Ach, Mann! Wie geht das? Ach, Mann! Oh, oh shit! Oh, mein Bauch, Alter! Mit der 1, das aktivieren! Das hab ich auch gerade erst rausgekommen! Ach, du musst da draufklicken! Wow! Ja, du musst das aktivieren, dann ist das blau! Und dann was? Hier ist die Leute nervig. Junge, geht's dir gut! Ich kann ihn nicht pushen! Wer sieht der denn aus? Guck dir mal bitte mit der Mütze an! Und was ist das? Die ich jetzt mache? Ach, das ist das rauskratzen! Ich hab einen Kreis! Ich hab einen Stern! Der ist jetzt tot! Vielleicht darf ich nicht lachen, ich hab einen Stern! Ich hab auch einen Stern! Wir haben einen Kreis! Easy, keiner zieht einen Crack drin! Hab's geschafft! Hä, warte, sind wir gegeneinander? Oh mein Gott! Ich bin auf der anderen Seite von euch! Nein! Was mach ich hier? Was machen wir denn jetzt? Nee, werden wir mich nicht besiegen! Mein Finger! Was ist das? Ich muss mich doch nicht mehr anstrengen! Was passiert, wenn ich loslasse? Nein! Das ist die Zeit! Wenn wir... Dinge sind dann warm geworden! Es passiert ja gar nichts! Warte, die haben mehr als wir! Ich kann nicht mehr! Was jetzt nochmal, oder was? Leute runterschubsen! Nein! Hä? Oh mein Gott! Wir haben alle überlebt! Oh shit! Alter, der kennt voll die Tricks! Oh Gott! Guck ihn dir an! Digga! Die, die berühren das und dann, und dann springt er wieder zurück! Ey, ich verkack selbst das jetzt! Ich wollte kack den Sprung jetzt, glaube ich! Ich hab Angst! Verpiss dich! Ich hab nämlich schubsen! Ich hab keinen Jump'n'Run! Schubs ihn! Nein! Pass auf! Okay! Oh! Oh mein Gott! Nein! Bitte lass dich zusammenlaufen! Nein! Nein! Geh weiter, geh weiter, geh weiter! Oh! Kommt hier? Ja! Sie blocken wahrscheinlich jetzt! Die Geistes vor mir! Ich hab Angst! Keep it! Keep it! Oh shit! Ihr habt noch 30 Sekunden Zeit, ne? 30? Ja! Da vorne ist eine Uhr! Oh mein Gott! Ich hab Angst! Geh, 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 geh! Einer hat geuft! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Ihr habt's geschafft! Kacke! Mit links kriegt man schon so eine Handbewegung! Oh Gott! Oh nein! Wir müssen gegeneinander murmeln! Oh nein! Scheiße! Gott wir! Junge! Also hier weiß ich nicht, ob das gegeneinander ist oder gegen Computer. Das ist einfach, ob du gerade oder ungerade willst, ob das richtig ist. Und wer viermal verkackt, ist halt raus. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Haben sie mir so viele? Wer war's das? Oh lol! War's das schon? Oh man! Oh mein Gott! Sein Face da drin in dem Dino-Kostüm! Ich grusel dich! Oh mein Gott! 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 Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Wie hast du das gemacht? Junge! Ach du Scheiße! Oya! Ich habe mich über ein Gesicht! Ich werde mich stehen! Komm her! Nee! Leider nicht! Oh! Hi! Hä? Wird gar nicht! Fetty sagt gar nichts! Die haben Angst! Green light! Ah! Das ist die englische Version! Ach du Scheiße! Green light! Hä? Was gibt dir gar keine Warnung? Ich hab Angst! Red light! Oh nein! Ich hab voll Angst! Was? Victoria! Green light! Hä? Red light! Das letzte Stück traue ich mich nicht, da warte ich lieber! Darf ich wieder? Green light! Oh mein Gott! Ey! Nein! Warum ist das nicht dein rechter Arm? Das wird viel mehr Sinn machen! Du bist bei mir? Oh mein Gott! Was? Nice! Oh, warte! Gecheatet! Richtig gute Runde! Ja, der hatte gecheatet! Hört Dings an gerade! Egal wie viel wir wetten, das muss jetzt richtig sein! Weil wir haben 6 und wir müssen 6 haben am Ende der Runde! Dann lass einfach 5 machen! Even! Weißt du? Ja, Even! War es nicht gerade? Was war es gerade Ort? Ja! Wir hätten das wieder Ort gemacht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Sie haben es geschafft! Ich hätte gar nichts davon ausgewählt! Es gibt nur 4 kaputte Gläser! Weil wir nur 4 Spieler sind! Hey! Wo steht das? Bestandteil gerade! Wie kannst du das erste verkacken! Wenn nur 4 kaputte Gläser hier sind! Wie unlucky muss man sein! Jetzt würde ich quer gehen, oder? Alles komm schon! Sie muss die Brechung im Glas angucken! Wie bist du vorher gegangen? Mach jetzt! Entscheide dich! Entscheide dich! Warte! Warte! Speedrun! Nein, warte kurz! Du es nicht! Oh mein Gott! Wie machst du das? Nein! Ich schaffe es! Ich auch! Scheiße! Warum ist Alice hier? Hä? Wieso? Was macht Alice da? Sie hat sich ein Leben gekauft! Sie hat gepayt! Oh mein Gott! Wir sind nur... Wir drei und zwei andere! Wow! Was? Geh weg! Geh weg! Du f***ing Idiot! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja! Ja! Wir gehen!